Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, wo wir genau stehen geblieben sind. So, hier. The Maidest Guide of Winterhold has inscribed your map with the location of the twisted corridors of the Labyrinthian in the province of Skyrim. Ah, stimmt. Wir wissen, wo es jetzt Labyrinthian ist. Hier. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen leicht erkältet, deswegen habe ich so ein... Ich habe irgendwie irgendwas am Hals. Und... Ich versuche auch die ganze Zeit meinen Hüssen zu unterdrücken. Das haben wir eigentlich alles noch vom Inventar. Ich versuche den Labyrinthian zu unterdrücken. Ähm... Okay. Wollen wir es wagen, nach Labyrinthian zu gehen jetzt schon? Oceans haben wir ja genug. Ausrüstung haben wir. Ja. Lass mal da hin. Lass mal jetzt von da hin. Labyrinthian. Labyrinthian. A stubborn grass and root stand in the stiff arctic climb, refuting to yield. Ahead of you stands the entrance to the Labyrinthian, testing ground of the Archmagus Shalido. So. Within its twisted paths lies the second piece of the Staff of Chaos. So. So. Dann wären wir jetzt... Labyrinthian. Labyrinthian. Proceed along the center path first for the clues to solving the secrets of the Labyrinthian. Wait there. Okay. Tief geht's runter. Ah, okay. Weiter geht's nicht. Wie weit hoch geht's? Auch nicht weit. Okay. Welche Tür sollten wir nehmen? Das ist jetzt eine Frage. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die hier. Scratch at the ground. Here is the ward door 1. Hm. Oh, das ist schon eine Spinne. Oh, ich hasse diese Piecher. So. The spider has nothing usable. Oh, da geht's auch noch weiter. Und hier geht's auch noch weiter. Wir gehen aber... Boah. Spinne hat mich wieder erschrocken, ey. Wir gehen aber erst einmal geradeaus. Okay. Ah, da haben wir eine Tür. Frage ist nur wo, führt sie hin? Hinter mir oder vor mir? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nicht. Hä? Da ist... Alles klar. Da haben wir den Wolf. Der hatte nichts. Klingt nach noch einem Wolf irgendwo. Gehen. Hallo? So. Ah, geil. Hier gibt's Schätze und wieder ein Wolf. Werden wir auch irgendwo angegriffen? Werden wir auch irgendwo angegriffen? Ne. Dachte schon. Aber wir haben schon mal einen Schatz. 4 und 3 die Gold. Die nehmen wir mit. Und hier gibt's sonst nichts mehr, glaube ich. Warte mal, ich muss gerade husten wieder. So. Ja, ich werde langsam krank, also werde ich mich öfters mal stumm schalten, wenn ich husten muss. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Nicht so schlimm. Okay. Nur mal so als Frage, äh, in die Runde. Na, wieder eine Spinne. Ähm. Gibt's hier irgendwie die Möglichkeit, sich auch zu ducken oder so bei Arena? Weil ich würde das wirklich gerne wissen. Oh, da geht's irgendwie runter. Egal, wir gehen da erstmal noch nicht hin. Äh. Wo wollen wir jetzt hier entlang? Links? Rechts? Komm, wir gehen erstmal links. Rechts. Wir gehen zuerst rechts. Entschuldigung. Gerade für so einen kurzen Moment so eine Links-Rechts-Schwäche. So. Spinne halt wieder nichts. Ja. Hier ist wieder so ein kleiner Abgrund. Ja. Lass mal da irgendwie rüber. So. Shift J. Nein. Und runter gefallen. Super. Irgendwo war eine Spinne. Geräusch von der Spinne, ey. Da sind sie. Zwei Stück. Und die haben wieder nichts. Die vielleicht Schätze oder so? Ne. Leider nicht. Leider nicht. Aber ey. Ist auch übelst verwinkelt hier. Okay, wir gehen erst einmal geradeaus und schauen, was wir da finden. Und dann gehen wir da rein. Hier auch. Oh. Eiswolf. Oh. Ja. Genau. Überballert mich alle. So. Hat der was? Nö. Hat der was? Auch nö. Und der hat auch nichts. Hier würde ich lieber vorsichtshalber einmal kurz speichern. Auf den hier. Weil ich bei sowas. Okay, da können wir eh nicht durch. Oder vielleicht. Warte mal. Können wir doch. Ähm. Irgendwo werde ich angegriffen. Zumindest von. Äh. Hört sich so an. Hm. Ja. Oh. Dann gibt's so auch weiter. Also. Hier gibt's nichts. Okay. Oh. Schreck mich nicht. Schreck spinne. Ist sie tot? Sagt mir das. Ja. Sie ist tot. Und die andere ist auch noch da. Hallo. So. Geil. Hat sich echt gelohnt hier zu kommen. Ja. Jetzt will ich wissen wohin führen die anderen Wege. hier. Alles aus nach irgendwelchen Sackgassen auf. Alter wo. Hä. Ah. Wir hätten zuerst vielleicht da. Okay. Das ist alles auch. Das sind eigene kleine Zwischenräume hier. Wo man. Alles klar. Wir gehen aber auch nochmal zurück. Weil wir haben da was. Übersehen. Weg. Den hier. Ja. Richtig. Den haben wir übersehen. Oh. Wieder spinnen. Okay. Der hat nichts. Der hat 14 Gold. Immerhin. Und hier haben wir. Und einen Plattenhelm. Okay. Aber. hat sich. Kaum gelohnt. Wenn wir jetzt. Hier lang gehen. Sind wir wahrscheinlich. Wir waren zuerst den hier gegangen. Und sind. Jetzt quasi. Hier. Über diese. Abgründe. Auf diese. Abgrund sei schon. Über diese Tunnel. Auf diese Seite. Wahrscheinlich. Diese Tür gekommen. Jetzt ist die Frage. Wohin führt. Diese Tür. Und. Wo ist das. Zweite Stück. Vom Stab. Beziehungsweise. Zweite Stück. Wahrscheinlich. Er hier. Würde ich sagen. Da muss ja. Irgendwo hinführen. Mal schauen. Wo ich hier gelandet bin. Mal schauen. Wo ich hier gelandet bin. sieht so aus. Als wäre ich jetzt. bei der anderen Tür. Also. Ah ja. sind wir jetzt. Nee. Wir hatten. Hä? Okay. Warte. und wir gehen schon mal darunter wir können ja hier zum domain of canon okay hallo main of canon ich spreche vielleicht vorsichtshalber hier auch noch einmal so lift J ich habe keine ahnung wohin ich habe absolut gar keine ahnung wohin da gehen wir noch nicht hin hier springen wir mal rüber irgendwo so ein spinnen boah rückelt aber auch übelst gerade shift J oh komm ich an die ran schön dass es gerade gar kein ton gibt so jetzt kommt der hinterher ja und hat nichts okay der andere hat auch nichts aber die erfahrungspunkte nehmen wir auf jeden fall mit oh schätze hier ist niemand so warte mal wir gehen mal so da kommen wir besser dran ich bin zwar die gold belt flail wo doch mal ein flail ist aber wo müssen wir hin der name passt auf jeden fall labyrinthion ist ein labyrinth hallo shift J funktioniert doch kann ich gerade nicht springen keine ahnung woran das lag aber ich konnte nicht springen und hier funktioniert wieder ok warum gerade nicht keine ahnung wenn hat er nichts runtergefallen hallo hallo ah wir sind wieder in der kammer ok ich würde sagen wir gehen trotzdem erstmal da lang schauen was es hier gibt es ah da ist ja mein spinnenfreund ah jetzt komm ich ran und tot Entschuldigung hab's nicht rechtzeitig geschafft jetzt zum zu schalten äh ich hab keine ahnung wohin ok am ende werden wir so oder so die komplette map hier noch erkundet haben boah digga potion of healing und nochmal potion of healing und nochmal potion of healing äh the zombie has nothing zombies haben wir jetzt auch schon warte mal wir sind hier auf jeden fall schon fast bei einer million ok an erfahrungspunkten so torx silver longsword nice ja kürzlich hatten wir noch ein licht jetzt haben wir schon zombies das spiel denkt wir sind soweit ja sollen wir vielleicht mal wieder diese tunnel nehmen oder komm wir nehmen mal wieder die tunnel dann gehen wir hier mal ja komm hoch oh ne da hinten sind wir spinnen schrift j und schrift j komm wir kämpfen direkt gegen die spinne aua so wir müssen auch mal gucken welcher mark besser für uns ist oh die sind auch verzaubert das heißt das gibt geld so was macht der mark nichts der macht nichts die haben wir an warte mal was mit dem welt welt auf agility und was ist mit dem der macht hier nichts dann machen dann lassen wir den wir haben dann immer ein paar sachen zum verkaufen ich höre wieder eine spinne irgendwo wahrscheinlich da ja da war sie hier endlich so hm 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 ich trinke eben noch einen schluck kaffee bevor wir weiter gehen dann ist jetzt die frage geradeaus oder rechts wir gehen rechts hier gehen wir wahrscheinlich wieder im kreis ja hier sind wir im kreis gelaufen super so so wieder eine schatztruhe nice was für ein magisches artefakt haben wir dieses mal so crystal und broadsport die dinger die nicht magisch sind können wir ja droppen so also die dinger zum beispiel den 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 können wir später droppen crystal was macht er keine ahnung ich würde sagen vielleicht lassen wir ein mark und ein crystal mal ausgerüstet vielleicht ändert es hier ja was damit schon mal plus acht ich glaube das waren die mal ausgerüstet keine ahnung so jetzt aber schauen wo müssen wir weiter durch dieses loch würde ich sagen da kommt man hoch gerade irgendwo irgendwo wo genau kann ich hoch hier ah okay ah interessant wo wir gelandet sind scheiße ach doch ich dachte ich stecke ich stecke schon fest jetzt geht er hoch nice und platten gauntlets nice sonst gibt es hier glaube ich nichts mehr so 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 dann ja ich hatte gerade wieder einen hüsenanfall stumm gestellt geht es mir aktuell wirklich nicht gut aber egal wenn diese folge hier raus ist dann also online ist dann bin ich wahrscheinlich schon lange wieder gesund so ich habe gerade keine ahnung wohin ich glaube vielleicht hier irgendwo müssen wir irgendwie hin finden also wenn wir jetzt hier nochmal und dann hier geradeaus irgendwo ist eine spinne da ist sie oh aber okay wir müssen zur spinne sieht ganz klar aus als müssten wir zur spinne kann ich die von hier attackieren oh genau und die spinne hatte 35 gold keine ahnung wofür die spinne 35 gold braucht ähm ich stecke hier fest okay so gut mit schiff hier kann man sich bei sowas öfters mal retten hier gibt es aber nichts das ist ja super ich müsste mich hier irgendwo hin oder hier unten weiß es nicht ich habe keine ahnung aber ich würde sagen das finden wir in der nächsten folge raus vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und tschau Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020